Yo Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. Heute geht es um Crypto Galaxy Battle. Crypto Galaxy Battle ist ein Game, das auf der Cardia Chain läuft. Crypto Galaxy Battle hat eine relativ niedrige Entry Cost Fee, also eine niedrige Gebühr, um einzusteigen, weil viele von euch haben mich hier im Channel gefragt, gibt es Games, wo man ungefähr mit 100 Euro einsteigen kann? Und ja, die gibt es natürlich. Crypto Galaxy Battle ist ein Game davon. Ich zeige euch hier die Domain CryptoBattle.com. Ich sage mit Absicht Crypto, weil es ist ja K-R-I-P-T-O geschrieben. Ich verlinke euch aber alles unten in der Beschreibung. Ist kein Affiliate-Link. Einfach so zur Teilnahme für euch, weil wie gesagt, nochmal, viele von euch wollten wissen, wo kann man einfach mit 100 Euro einsteigen und auch was verdienen. Crypto Galaxy Battle ist so ein Game. Das zeige ich euch heute. Ich zeige euch, wie ihr daran teilnehmen könnt. Ich zeige euch auch, wie ihr die Tokens dafür bekommt, weil, wie gesagt, es läuft auf der Cardia Chain. Das heißt, ihr braucht auch eine Cardia Wallet. Ich verlinke euch alles in der Beschreibung. Ich habe hier, kurz um es euch zu zeigen, meine Cardia Wallet Extension am Laufen. Das ist auch eine Browser Extension. Gibt es für Chrome, Firefox oder auch andere Browser. Da könnt ihr eure Tokens importieren. Und das schauen wir uns heute alles an. Crypto Galaxy Battle ist ein Idle-Mining-Game. Und das ist wunderbar, weil das heißt, ihr könnt einmal euer Setup hier aufstellen. Ihr könnt eure Robots und Monsters zum Minen schicken. Und dann läuft das Ganze von alleine. Momentan läuft es noch in der Beta-Version. Also das Game ist wirklich brandneu. Wenn der Beta-Test abgeschlossen ist, kommt der richtige Start des Games. Und ihr wisst natürlich, wenn man in einer Beta-Version einsteigt, dann ist man noch relativ früh dran. Und das ist ja genau das, was auch zählt im Play-to-Earn-Gaming, früh dran zu sein. Und wir sehen jetzt hier, ich bin in der Übersicht, also auf beta.cryptobattle.com bin ich momentan verbunden. Hier ist meine Planet-Mining-Power, die 655,2393 beträgt. Ich habe hier vier Robots am Minen. Und es gibt die zwei Coins. Einmal den Gem-Coin hier oben und den Kaba-Coin, der hier gemeint wird. So, das Ganze läuft über becoswap.com. Verlinke ich euch auch alles unten. Es gibt auf becoswap einen NFT-Marketplace. Und man braucht natürlich, um an diesem Game teilzunehmen, ein paar NFTs. Wir switchen jetzt nochmal rüber in das White Paper. Es gibt verschiedene Assets hier im Game. Es gibt Robots, es gibt Monsters, es gibt Planets. Diese drei Dinge braucht man unbedingt für den Start. Ihr braucht einen Planeten, zwei Monster und vier Robots. So, in meinem Fall. Also es gibt verschiedene Planeten, die haben verschiedene Größen. Darauf kann man dann verschieden viele Mining-Assets laufen lassen. So sage ich das jetzt mal. Die Items kommen später auch noch dazu, weil das Game wird natürlich erweitert. Es gibt dann Player vs. Player und auch verschiedene Missionen. Also das wird noch sehr interessant. So, zu den Karten. Es gibt Robots, also ihr braucht Karten. Die haben dann gewisse Raritätsstufen, verschiedene Stärken. Wir schauen uns das nochmal auf dem Marketplace schnell an. Wenn wir uns jetzt hier mal diesen blauen Robot einfach anschauen, der hier on sale ist. Der hat eine Strength von 26, Speed 5, Energy 15 und ihr seht, jeder Robot hat hier unterschiedliche Stats. Es gibt natürlich auch eine Rarität. Hier seht ihr Generation 16, Generation 13. Es gibt die dann auch nochmal in der Generation 0. Quasi in verschiedenen Raritäten kommen oder ankommen. Und idealerweise sollte man sich die einzelnen Karten in der gleichen Farbe holen. Das heißt, es gibt Robots, außerdem gibt es natürlich auch noch Planeten, die ihr hier jetzt seht. Und es gibt 20% Mining Power Plus, wenn alles eine gleiche Farbe hat. Also wenn ihr euch einen blauen Planeten holt und blaue Robots und blaue Monsters, dann gibt es 20% Mining Power Plus. So, man kann natürlich hier im Sale, man kann sortieren. Geht immer nach lowest price, weil ihr wollt ja eine günstige Möglichkeit finden. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel für 86 Euro ein Planeten für 1100 Kai. Dann schauen wir uns mal an, was gibt es für günstige Monster. Also hier 86 Euro hatten wir gerade für den Planeten. Dann bei den Monsters seht ihr 2,25 Euro. Hier zum Beispiel die blauen, wenn wir jetzt mal den grauen anschauen, weil der Planet war ja auch grau. Ihr seht für 28 Kai für ungefähr 2,20 Dollar. Also holt ihr euch dann noch zwei solche Monster. Und dann holt ihr euch noch Robots. Und die Robots seht ihr, die sind auch, fangen hier relativ günstig an. 34 Kai, 2,75 Dollar. So, wir wechseln noch einmal rüber auf den Planeten, weil da zeige ich euch was. Wenn ihr jetzt hier diesen günstigen Planeten für 86 Dollar euch kauft, da könnt ihr natürlich draufklicken. Der hat dann Properties und er hat auch eine Size, also 4 of 10. Die Planeten haben unterschiedliche Sizes. Das kann man auch im White Paper nachlesen. So, hier haben wir die Planetenübersicht. Ihr müsst auf die Size eures Planeten schauen. Wenn ihr eine Size von 1 bis 4 habt, dann habt ihr insgesamt eine Quantity von 3, also die Menge 3. Und das heißt, ihr könnt ein Monster und zwei Robots auf dem Planeten minen lassen. Mein Planet, der hat jetzt zum Beispiel die Size 5. Das heißt, ich habe die Quantity 6, also die Menge 6. Und die Menge 6 ergibt sich aus zwei Monstern und vier Robots. So, und ihr schaut einfach, was habt ihr für eine Size von eurem Planeten gekauft. Und dann kauft ihr euch die entsprechenden Monsters und Robots ein. Und ihr seht, die Monster sind immer die halbe Anzahl wie die Robots, beziehungsweise die Robots haben immer die doppelte Anzahl von den Monsters. So ist es einfach aufgebaut. So muss man da an den Start gehen. Und ihr seht, es gibt auch eine verschiedene Raritätsstufen, aber die gibt es nur in Generation Zero. Die anderen Generationen haben das nicht mehr. Also wenn ihr so noch einkaufen wollt, dann müsst ihr einfach auf den Marketplace schauen. Und wenn ihr dann auf dem Marketplace seid, könnt ihr, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Ich sortiere mal kurz nach Highest Price, weil da finden wir wahrscheinlich auf die Schnelle auch. Ihr seht hier, Gen Zero Rarity, Uncommon. Die sind dann natürlich schon etwas teurer. Hier haben wir jetzt, man könnte hier mitbieten und okay, es geht, der hier wird momentan im Beko Coin, also das ist auch möglich im Beko Coin verkauft. Und da müsst ihr euch einfach ein bisschen Recherchearbeit betreiben und einfach checken, gibt es noch Generation Zero Rarities, weil nur die Generation Zero hat eine Raritätsstufe. Ich habe mir auch Uncommons geholt, weil damit ist natürlich auch das Erzeugen neuer Monster immer besser. Hier ihr seht, es gibt auch Legendaries zum Beispiel und immer nur in der Generation Zero, weil Generation 5 oder 3 oder wie auch immer 4, 5, 13, 18, die haben alle keine Raritätsstufe mehr. Also wir switchen wieder rüber in das White Paper und schauen uns nochmal die Recommended Configuration an. Also einfach Mindestherausforderung, das ist echt eigentlich für jedes System leistbar. Ihr braucht ein Minimum 4 GB, RAM 16 sind empfohlen, aber das bringen wir hier eigentlich alle mit. Und die Key Game Features nochmal, also Gems Mining, das ist das, was momentan schon funktioniert. Später kommt der Battle dazu, das Collecten, Assemble und Evolve funktioniert schon. Event and Season Ranking kommt und Staking und Trading wird auch noch dazukommen. Also eigentlich sehr, sehr interessant das ganze Game, weil vor allem, dass man nicht so viel Zeit investieren muss. Ich gehe nochmal rüber, ihr seht hier, ich habe alles am Laufen, die Mining-Geschichte läuft von selbst. Wir switchen jetzt hier nochmal rüber, dass ihr meinen Planeten hier einfach einmal seht. Ich kann jetzt hier auch claimen oder kann das Ganze stoppen. Wir schauen uns hier auch mal meine, Moment, wir gehen nochmal zurück und schauen uns hier die Game Dashboard Übersicht an. Ihr seht hier, die ganzen Funktionen sind alle noch in Coming Soon. Da seht ihr auch, dass wir wirklich in einer Early Stage sind. Das Ranking Coming Soon, die Events kommen Soon, Daily Quests kommen Soon. Das Assemble wird hier noch integriert. Das ist schon auf der Website eigentlich online. Ich zeige euch gleich, also nachher im Anschluss auch noch das Assemblen, weil Assemblen bedeutet, aus zwei Monstern ein neues zu generieren. Also es geht quasi um Monster Breeding. Dann wird es hier auch den integrierten Shop geben. Ich nehme an, das sind einfach die Dinge, die wir hier momentan auf der BekoSwap-Seite noch finden. Man braucht auch den Kaba Coin, den Crypto Galaxy Battle Coin, der momentan bei 46 Euro Cent liegt, um neue Monsters zu Assemblen. Das zeige ich euch gleich im Anschluss hier. Also unbedingt dranbleiben. Jetzt zeige ich euch eine Möglichkeit, wie ihr den Kai-Token, also den Coin von der Cardia Chain, von der Binance Smart Chain in die Cardia Chain bekommt. Und weil ihr habt alle eine Metamask, davon gehe ich aus, ihr könnt dann hier kopieren, also hier auf More, wenn ihr auf CoinMarketCap seid, auf der Cardia Chain, kopiert ihr euch einfach die Smart Contract Adresse für die Binance Smart Chain raus. Dann wechselt ihr in Pancake Swap, gebt hier unten die Adresse ein, einfach mit einem Rechtsklick einfügen, dann seht ihr, hier kommt der Cardia Chain Token. Importiert ihr einfach, I understand, Import. Dann, wir machen jetzt einfach nur einen Test. Ich nehme einfach 10 BUSD, dafür seht ihr, bekomme ich 107 Kai-Token. Ich swap die jetzt. Confirm den Swap. Ich bezahle eine kleine Gas-Fee. Also in BNB, ihr braucht immer BNB auch. Ihr braucht BNB in eurer Wallet, weil es ständig BNB Gas-Fee kostet, egal was ihr macht auf Pancake Swap. So, also jetzt hat es funktioniert. Ich habe jetzt die 107 in meiner Metamask. Das heißt, wir checken mal kurz die Metamask, gehen in die Assets. Ich importiere den Token noch, weil der ist noch nicht drin. Ich füge jetzt hier auch die Vertragsadresse aus der Zwischenablage ein. Ihr seht, hier kommen die Kai-Tokens und da sind auch die 107. Importiere ich. Und jetzt habe ich die hier in meinen Assets. Jetzt wechseln wir wieder in die Kai-Dex. Oder was heißt wieder zum ersten Mal? Kai-Dex.io Ich muss jetzt zuerst hier unten meine Metamask connecten. Ich verbinde den Account. Und jetzt muss ich auch die Destination-Adresse hier eintragen, weil ich switche ja von Binance in das Cardia-Chain-Network. Und hier heißt es auch Enter the correct KRC-20-Destination. Wenn ich es umswitche, ihr seht, dann geht es von Cardia nach Binance und dann ist es hier die BEP-20-Adresse, die rein müsste. Weil das ist eine Bridge. Ich bridge hier von der einen Chain auf die andere. Und da ich mir gerade in PancakeSwap, also im Binance-Smart-Chain-Netzwerk, die Kai-Tokens organisiert habe. Jetzt muss ich hier natürlich Kai eingeben. Die 107 in der Wallet. Ich zeige sie noch einmal. Hier unten sind die 107 in meiner Metamask-Wallet. Und ich habe ja auch 306 Kai in meiner Cardia-Chain-Wallet. Und die sollen jetzt ergänzt werden. Und das mache ich hier, indem ich die Kai-Chains einfach bridge, die Kai-Tokens in der Chain bridge. Also ich gebe die Adresse hier ein aus meiner Cardia-Chain. Ich kopiere die hier oben aus der Extension, füge die hier ein. Und jetzt nehme ich die 107. Okay, wir müssen den Test erweitern, weil ich sehe gerade, der Minimum-Swap liegt hier bei 1000 Kai. Das heißt, wir gehen zurück in die Metamask. Ich hole noch weitere 900 Kai. Das sind 84 BUSD. Ich swappe die. Confirm den Swap. Bestätige wieder eine Gas-Fee. Ihr seht, ich bezahle wieder doppelt Gas-Fee. Alles für euch, um euch den Test hier zu zeigen. Deshalb, Leute, an dieser Stelle hätte ich einen Like verdient. Doppelte Gas-Fee für euch bezahlt. Und jetzt checken wir meine Wallet. Jetzt habe ich die 1007 Kai hier drin. Und das heißt, ich verschiebe auch die 1007 Kai. Ihr seht, jetzt verschwindet die rote Meldung, die Warnmeldung. Jetzt soll das Ganze funktionieren. Und wir kontrollieren nochmal, was wir machen. 1007 Kai Tokens von der Binance Smart Chain. Bridge ich in das Cardia Chain Network. Und ich bridge die an diese Adresse. Und ich überprüfe noch einmal. Das ist meine Adresse 0x823 FDDF. Hört hinten mit A4E auf. Ich sehe das hier oben. Genau, A4E. Alles klar. Dann approve ich das Ganze. Kostet natürlich wieder eine Gas-Fee. 11 Cent, um genau zu sein. By granting permission, you are allowing the following contract to access your funds. Ja, klar. Kydex.io. Stimmt alles. Bestätige. Und jetzt warten wir ab. Okay, hier oben Success. Dann nach dem Approven müssen wir swappen. Also der erste Schritt war ja hier unten Approve. Und jetzt heißt es swappen. Wie gesagt, ihr müsst auf jeden Fall checken, dass eure KRC, also die Cardia-Adresse eingetragen ist. Und dass das einfach alles in die richtige Richtung geht. Weil wenn ihr hier einen Fehler macht, dann sind eure Tokens einfach weg. Und die kann man nicht mehr zurückholen. Das ist auch das Problem einfach. Da gibt es kein Support oder sonst was. Ihr seid immer selbst komplett dafür verantwortlich, was ihr da macht. Im ganzen Crypto-Gaming-Bereich. Auch mit den Wallets. Wenn da einmal was weg ist, ist es weg. Also dann, wir swappen jetzt. Wir bridgen von dem einen ins andere Netzwerk. Zack. Bestätigen. Dann nochmal eine kleine Gas-Fee. Jetzt wird der Swap durchgeführt. Und jetzt sehen wir, die Balance hier ist auf jeden Fall weniger geworden. Und im Pending-Bereich, wenn ich hier die Chain switche, dann sehen wir, dann ist es hier im Pending-Bereich. From BEP-20 to KRC-20. Und hier noch Pending. Also, warten wir ab. So, nachdem die Transaktion jetzt hier durch ist, wechsle ich in den Swap-Bereich. Ihr seht, hier sind meine Kai. Und die Transferierten sind als W-Kai angekommen, also als Wrapped-Kai, weil die ja aus einem anderen Netzwerk kamen. Deshalb sind die hier jetzt gewrapped. Und ich transferiere jetzt. Ich wähle hier die Maximalanzahl aus. Die unwrappe ich jetzt in Kai. Jetzt kommt hier die Gas-Fee aus der Cardia-Chain-Wallet. Und das abmitte ich. Die Gas-Fees sind auf der Cardia-Chain sehr gering. Das Unwrappen hat funktioniert. Ihr habt es gesehen, hier kommt die Bestätigung. Und jetzt habe ich die 1313 Kai hier in meiner Wallet. Die sind hier oben am Start. Und damit geht es dann gleich weiter. Damit werden dann im Game Crypto Galaxy Battle die Planets, Monsters und Heroes, beziehungsweise damit wird einfach eingekauft. Wir sehen das gleich. Dann zeige ich euch noch exemplarisch, wie man einen Robot kauft. Also ihr seid natürlich hier einfach auf dem Marketplace, könnt euch hier verschiedene Optionen auswählen. Ich bin jetzt bei den Robots. Einen Planet und Monster habe ich schon. Und jetzt wähle ich mir hier einen Ankommen aus. Weil ich gebe euch den Tipp, wenn ihr es schafft, wählt Generation Zero mit einer Rarity Monsters und Robots aus. Die haben eine bessere Mining Power. Dann geht man einfach drauf per Klick. Buy NFT. Das Ganze ist hier ein Beat-Verfahren. Also man kann jetzt quasi noch hier am... Also bieten und dann den Zuschlag vielleicht bekommen. Aber ich möchte direkt kaufen und gehe hier auf Buy NFT. Jetzt Buy Now. Ich habe genug. Meine Balance steht hier. Der Preis ist 300. Und dann submitte ich. Und jetzt wird die Transaktion durchgeführt. Das ist das gleiche wie in der Metamask. Bloß nicht auf der Binance Smart Chain, sondern auf der Cardia Chain. Und die Extension ist einfach die Cardia Wallet. So. Jetzt ist das Ganze durchgeführt. Success. You have successfully purchased this NFT. Und ihr solltet sowieso darauf achten, dass gleiche Farben geben höhere Mining Power. Wir können uns das hier nochmal kurz anschauen. Ja, beziehungsweise es steht irgendwo im White Paper. Muss ich jetzt nicht nochmal raussuchen. Gleiche Farben geben 20% mehr Mining Power. Also Robots, Monster und Planet. Und wir gehen jetzt einfach mal auf mein Profile und schauen uns hier die Collected Robots an. Ich habe zwei Uncommon Robots. Dann schauen wir uns die Monster an. Ich habe auch zwei Uncommon Monster. Und meinen Planet schauen wir uns auch noch an. Hier habe ich einen Planet. Und ihr habt es gesehen, alles in der gleichen Farbe. Mein Planet hat auch hier Size 6. Und Size 6 bedeutet hier, ihr seht es, die Sizes. Also die Planets haben ja immer Sizes. Eins bis vier, fünf bis acht oder neun bis zehn. Das sind so diese drei Kategorien. Und dann kann man insgesamt eine Menge, also bei mir wäre das jetzt Size 6. Das heißt, ich liege hier in dem Bereich, habe Quantity 6. Und kann zwei Monster und vier Robots auf den Planet zum Minen schicken. Und die Regeneration Time ist normal. Dann zeige ich euch noch was. Also von meiner Gameübersicht gehe ich jetzt auf BekoSwap. Auf den GameFi Navigationspunkt. Gehe nochmal in Crypto Battle Galaxy. Und ihr seht jetzt hier öffnet sich ein neues Fenster. Weil hier kann man die Characters Assemblen. Ich gehe hier auf Assemble Characters. Und jetzt kann ich meine beiden Robots auswählen. Submitte die Action. Jetzt muss ich kurz warten. Und ihr seht, jetzt sind die beiden Robots da. Mit den jeweiligen IDs. Und die werden jetzt eine neue Generation erzeugen. Dafür braucht man aber 1,5 Kaba. Ihr seht hier, die kostet 1,5 Kaba. Meine Balance ist 0. Ich habe die nämlich noch nicht. So. Dazu switchen wir wieder in die Kai Decks. Da gibt es den Punkt Exchange. Also vorher waren wir einmal in der Bridge. Danach waren wir im Swap. Und jetzt gehen wir in den Exchange. Weil hier können wir uns die Kaba organisieren. Das heißt, wir brauchen auch einfach unsere Kai hier oben. Moment. Exchange. Ach, ich muss hier. Genau so, Leute. Jetzt habe ich es. Ihr müsst hier, müsst ihr die Kai suchen. Die Kaba. So, das ist nämlich immer das Pair. So. Nochmal. Kaba. Jetzt seht ihr hier das Pair. Kaba Kai. Ich klicke drauf. Und jetzt haben wir hier dieses Pair im Exchange. Und jetzt, ich habe noch 134 Kai in der Wallet. Ich nehme jetzt einfach mal 50% oder 75%. Dafür kriege ich 15 Kaba. Buy Kaba. Bezahle auch eine kleine Transaction Fee. Ich bestätige das Ganze. So. Und jetzt ist die Transaction schon durchgeführt. Und jetzt gehe ich zurück in meinen Tab. Und jetzt ist die Balance auch schon hier. Also in meinen Game Tab habe ich jetzt wieder gewechselt. Jetzt muss ich die Characters nochmal neu auswählen. Ich submitte nochmal. So. Jetzt sind die da. Ich approve jetzt für 1,5 Kaba. Das heißt, eigentlich so gesehen, 15 ist eine gute Zahl. Jetzt kann ich das 10 Mal, kann ich hier assemblen. Submit. 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 So. Jetzt Assemble Now. Jetzt Assembling. Der Prozess wird durchgeführt. Submit. Assembled Successfully View Transaction. Okay. Und jetzt sehen wir auch, in der Assembly List ist das Ganze aufgetaucht. Genau. Also hat es funktioniert. Und jetzt muss ich noch 36 Blocks abwarten. Also 3 Minuten. Und dann ist der Prozess scheinbar schon durch. Das scheint ja relativ schnell zu gehen. 2 Minuten. Okay. Schauen wir uns gleich an. Okay. Der Prozess ist jetzt beendet. Ihr seht es, die Zeit ist durchgelaufen. Jetzt heißt es hier Ready to Give Birth. Wir klicken da drauf. Kommt wieder eine kleine Gas Fee. Und wenn ich dann in den Tab der Characters wechsle und hier nochmal auswähle, sehe ich jetzt habe ich schon 3. Ihr seht, hier ist einer dazugekommen mit neuen Stats. Das heißt, das hat schon funktioniert. Also das ging relativ schnell. Das heißt, wir machen das Ganze nochmal. Wir wählen nochmal die beiden aus. Submitten. Gehen auf Assemble Now. Diesmal für Zweikaber. Submit Gas Fee. Und eigentlich ist es auch hier Ziel in dem Spiel, ständig neue Robots durch Mutationen zu kreieren, beziehungsweise auch einzelne Parts, also Teile der Robots. Ihr seht, das hier ist quasi der Mutation Table. Also wie sich das Ganze weiterentwickeln kann. Die Robots, die ihr dann produziert habt, die könnt ihr natürlich einerseits einsetzen für das Mining. Also wenn die bessere Stats haben, dann haben die höhere Mining Power. Oder die zweite Option ist, dass man die dann auf dem Marketplace verkauft. Also zwei Optionen, um dann daraus auch wieder Kapital zu schlagen. Und was wir uns jetzt am Ende noch anschauen, weil die Geschichte könnt ihr euch selber im Whitepaper durchlesen. Das ist sehr komplex, wie das Ganze mit dem Assemblen funktioniert, was es für Möglichkeiten gibt. Es gibt immer prozentuale Chancen, bestimmte bessere zu erzeugen und so weiter. Das ist sehr komplex. Darauf gehe ich jetzt gar nicht ein. Das Whitepaper ist in der Beschreibung verlinkt. Das könnt ihr euch selber durchlesen, weil wir schauen uns jetzt einfach zum Abschluss nochmal an. Es lief jetzt ein paar Tage. Also das ganze Video habe ich über ein paar Tage produziert. Ich habe immer mal wieder kurze Clips aufgenommen und jetzt am Ende kommt quasi hier, was habe ich nach drei, vier Tagen? So lange läuft jetzt mein Mining ungefähr. Was habe ich denn damit verdient? Ihr seht, ich habe 96 Gem Coins. Ich claim die jetzt noch nicht, weil ich lasse das einfach weiterlaufen. Ich mache dann natürlich auch noch einen Claim Test, ob das Ganze funktioniert. Davon gehe ich natürlich aus. Aber wir schauen uns an. Ich habe 96 CARBA Tokens und 2, nein, Gem Tokens und 2,4 CARBA Tokens verdient. Jetzt switche ich einfach rüber zu Beko Swap. Das ist am einfachsten. Ich vergleiche das dann auch mit BUSD. So kann ich mir jetzt einfach einen Wert herstellen, der für mich greifbar ist, weil BUSD ist ein Stablecoin, der ungefähr an den Dollarkurs geknüpft ist. Und wenn ich jetzt überlege, ich schaue nochmal im Game, ich habe 2,47 CARBA verdient. Checken wir hier 2,47 CARBA. Das sind 1,3 BUSD, also 1,30 Dollar an CARBA Coins. Und jetzt checken wir noch den Gem Coin. Das ist der zweite, den ihr hier oben seht. Vom Gem Coin habe ich 96,99. 96,99. Das sind 5,34 Dollar plus den 1,30 Dollar, den ich gerade hatte, sind wir bei 6,60 Dollar. Ganz grob. Also 6,60 Dollar jetzt über die 3, 4 Tage, wo ich gemeint habe. Und jetzt bleibt natürlich abzuwarten, wie entwickelt sich das? Bleibt meine Mining Power bzw. der Verdienst gleich? Ich werde das einfach hochrechnen. Natürlich kommt es auch darauf an, wie viele Robots assemble ich noch, wie viel packe ich auf den Marketplace, habe ich eine höhere Mining Power. Aber ich kann mir ja ausrechnen, jetzt habe ich ungefähr in den 3, 4 Tagen diese 6 Dollar. Das heißt, wenn ich das mal 10 mache, also in 30, 40 Tagen ungefähr nach einem Monat, habe ich dann meine 60 Dollar ungefähr raus. Das heißt, wenn ich 100 investiert habe, bin ich nach 2 Monaten mit 120 Dollar schon über meinen ROI und habe dann 20 Dollar Gewinn und dann kommt nur noch Gewinn obendrauf. Kommt natürlich auch darauf an, wie sich das ganze Game entwickelt, wie sich die Kurse von den Coins entwickeln, wie viele Spieler neu einsteigen und so weiter. Ihr wisst, das ganze Crypto Gaming ist sehr komplex. Man muss da viele Faktoren berechnen, berücksichtigen. Aber jetzt habt ihr gesehen, wie das läuft. Und ich gehe davon aus, da wir uns ja in einer Beta-Phase noch befinden, dass das Game auf jeden Fall 2, 3, 4, 5 Monate laufen wird, wenn dann noch Player vs. Player und Battles und verschiedene Dinge in das Game dazukommen, dann wird es natürlich auch noch mal einen Zulauf geben. Und deshalb rechne ich damit, dass ich hier auch ganz einfach über meinen ROI komme und Gewinne machen werde. Aber das ist natürlich nicht gesagt, das ist nur meine Meinung. Und ich zeige das, ich teste das, ich werde weiter darüber berichten. Ich gebe euch dann, wenn die zwei Monate rum sind, gebe ich euch auch ein Update. Vielleicht hat sich ja der Coin sogar total positiv entwickelt und ich habe schon ganz viel Gewinn gemacht. Das bleibt alles abzuwarten. So kann es natürlich auch laufen. Die schlechte Seite wäre, ich mache einfach Verlust. Es kommen keine neuen Player ins Game. Der Coin geht nach unten. Und dann war es für mich nur ein Verlustgeschäft. Aber wie gesagt, davon gehe ich nicht aus, weil wir uns in der Beta befinden. Ich habe viele weitere Faktoren gecheckt und wenn ich nicht davon ausgehen würde, dass ich hier Gewinn mache, dann hätte ich nicht investiert. Aber zum Abschluss auch noch mal No Financial Advice. Ich mache das Ganze alles einfach hier, um zu testen. Ihr könnt natürlich auch gerne einsteigen. Das Ganze ist ja für euch sehr gut nachzuvollziehen, sodass ihr auch mitgamen könnt. Aber seid euch darüber bewusst, dass ihr euer Geld auch verlieren könnt. Es ist nicht gesagt, dass ihr Gewinne macht, aber ich möchte euch natürlich dabei helfen. Deshalb mache ich diese Dinge hier. Ihr könnt auch meine anderen Clips checken. Vergesst nicht zu liken, Leute. Und ich hoffe, es hat euch heute gefallen, dass ihr hier einen Einblick in Crypto Galaxy Battle bekommen habt. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch ein schönes Wochenende, Leute. Haut rein!